Setzen Sie die Präpositionen ein. Er verfügt über die nötigen Kontakte. Bitte wenden Sie sich mit dieser Frage an meine Kollegin. Die Kinder verzweifeln an dieser Aufgabe. Die Entscheidung hängt vom Direktor ab. Kannst du endlich mit diesem Quatsch aufhören? Wer hat Dich eigentlich darüber informiert? Wer hat an dieser Veranstaltung teilgenommen? Was denkst Du über dieses Thema? Hat sie sich beim Chef über Dich beschwert? Kannst Du mir etwas darüber erzählen? Eigentlich möchte ich darauf nicht verzichten. Wozu dient dieses Gerät? Hast Du schon einmal bei dieser Firma angerufen? Diese Beschwerde bezieht sich auf einen Fall im Juni. Ich wollte Dir noch einmal für Deine Hilfe danken. Die Firma verhandelt mit den Mitarbeitern über eine Lohnerhöhung. Wie lange hast Du Dich auf die Prüfung vorbereitet? Die Firma begann mit der Produktion im Sommer. Es liegt an Dir, Dich zu entscheiden. 23 Personen haben sich auf diese Stelle beworben. Das Hemd passt zu dieser Hose. Hat eigentlich irgendwer nach mir gefragt? Es ist schön, dass ich Dich davon überzeugen konnte. Er hat nur ganz kurz auf meine Fragen geantwortet. In der Pause habe ich mich mit dem neuen Jungen unterhalten. Achtung! Du musst auf die Stufen achten. Sie suchen noch immer nach dem Schuldigen. Sie haben sich schon wieder über die bessere Lösung gestritten. Ich finde, ich habe einen der possesseden Puffus. Werenhorrung! Du musst auf die Stufen achten. Ich mich mit dem vor ancowiezügen. Sie neben suspense Myraken coach. Jetzt gibt es noch mehr. Ich bin jetzt über den Mund. Vielen Dank.